Jala 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 Guten Abend aus Amerika. Leider mussten wir wegen den Beilagsproblemen eine Sendung streichen und unser Chalet nach Amerika in ein Motel verschieben. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gefeiert und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Das Team ist unterdessen nach Amerika gereist. Für den ersten Weltcup im Jahr 2018. Genauer gesagt in Snowmass. Lange Reise, viel Gepäck und müde Gesichter. So schaut es aus bei der Ankunft am Flughafen in Denver. Herr Mahler, sind Sie verletzt auf Amerika gereist? Nein, ich kann es einfach gerne bequem. Jetzt gilt es wach zu bleiben. Denn die Reise nach Snowmass dauert noch weitere vier Autostunden. Aber auf der Weltcup können wir gleich später sprechen. Jetzt schauen wir zuerst zurück in den Dezember. Und dafür haben wir einen kleinen Flashback zusammengestellt. Im Dezember war einiges los beim Swiss Freesky Team. Die Half-Piper rund um Gisler reisten nach China, um sich dort mit der Elite des Half-Pipe-Fahrens zu messen. Erfolgreich! Denn Gisler landete auf dem zweiten Platz und holt sich Silber. Sein Team-Kollege Brigitte holt sich Bronze. Ein 1er. Ein 1er. Ein 1er. Ein 1er. Das ist cool. In Laax trainierten Raggetli und Co. bei perfekten Bedingungen auf den Jumps. Auch Hunziker war im Training in Laax mit dabei. Er machte sich jedoch nach dem Training mit dem Gleitschirm auf den Weg ins Tal. Er musste nämlich noch nach Frankreich. Genauer gesagt nach Font-Romeu. Kein einfacher Weltkampf. Doch am Ende landete er auf dem vierten Platz und holte sich verdient die Ledermedaille. Ein super Einstieg für dieses Team in die Olympiasaison. Doch jetzt geht es um die Wurst. Die letzten zwei Selektionswetkämpfer Olympiastände vor der Porte. Hier wird entschieden, wer in der Schweiz an einer Olympiade in Korea vertreten kann. Der erste Weltcup hat in Colorado Snowmass Aspen stattgefunden. Es wird auch bekannt als der St. Moritz der USA. Auch bekannt für das Land der unbegrenzten Parkmöglichkeiten. Doch nun mal langsam. Wie genau leuchtet denn so ein Weltcup ab? Teammeeting, Startnummer fassen, noch Fragen? Ein typischer Morgen eines Qualitages. Der Start mitten in der Nacht. Dann einige Sprünge. Harte Landungen. Und so schaut es bei denen aus, die es ins Finale geschafft haben. Dann das Finale. Vom Ablauf her eigentlich eine Repetition des Qualitages. Startet wieder mitten in der Nacht. Nur diesmal mit minus 15 Grad. Sofort hoch mit einem ersten Sessel. Doch dann ist erstmal Zeit für ein paar Snaps und Instagram Bilder. Doch nun geht es ab an den Start. Kannst du da reinschneiden? Dann sieht meine Mami, dass ich mich gesund ernähre. Und wenn ich in Amerika bin. Es geht nicht! Wir sind anders ready. Jetzt muss ich noch zwei Stunden warten, bis ich droppen kann. Aber es ist voll easy. Bei den Frauen hat es leider nur für Platz 4 und 5 gereicht. Besser lief es bei den Männern. Genauer gesagt bei Ragettli. Er holte sich mit seinem ersten Lauf 95 Punkte und bleibt von da an ungeschlagen. A 95 from Switzerland. Let's hear it for Andre! Ragettli! Ragettli holt sich Gold in Snowmass. Das begeistert die zahlreich eingereisten Fans. Apropos Medaille. Wenn das so weitergeht, steht an einer Medaille in Korea nichts mehr im Weg. Medaille. Wenn einer weiss, wie man grosse Medaillen an einem Olympischen Spiel gewinnt, dann ist das unsere Studiogast. Herzlich willkommen! Der Olympiasieger Simon Hammam! Oh yeah! Das hat aber nicht geklappt mit dem Simon. Ist nicht immer einfach mit diesen Promisen. Wir nehmen den Appen in Korea zusammen. Jetzt geht es weiter Richtung Sonny, California. Der Weltgott mit dem MF steht auf dem Programm. Weil das ein bisschen weit ist mit dem Auto von Colorado auf California. Mit dem Team einen kurzen Zwischenhalt in Las Vegas einlegen. Das und weitere Geschichten unserem Weltgott beim MF sehen wir in der nächsten Sendung. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich dreiche jetzt mein Cola, weil da gibt es ja keine gescheiden Weinerstaten. Sonnti! Dann sind wir jetzt fertig? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt auf Aspen und die Aspen-Chicks schauen.